Musik Mein Name ist Ruth Schäubens, ich bin die erste Vorstandsvorsitzende von NichtEGAL. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist NichtEGAL? NichtEGAL ist ein Verein neu gegründet in Mörs und wir möchten gerne unser Netzwerk nutzen und auch Menschen helfen, die in irgendeiner Weise in Notlage geraten. Und denen sind sie uns halt einfach nicht egal. Und je mehr Menschen wir zusammenfügen in dieser Gesellschaft, können wir Menschen helfen. Dazu brauchen wir einmal ein Netzwerk und zum anderen natürlich auch ein bisschen Geld. Und um Geld zusammen wollen wir Veranstaltungen machen. Für euch, für eure Kinder, für die Erwachsenen, für eure Großeltern, für eure Eltern. Und wir haben großen Spaß daran. Und heute Abend sind wir hier im Bollwerk und machen Spaß für Spende. Und Spaß für Spende heißt das, was es sagt. Wir machen den Spaß. Ihr gebt, wenn ihr möchtet, die Spende. Und damit helfen wir wiederum Menschen, die in Schieflage oder Notlage oder wie auch immer geraten sind und nutzen unser Netzwerk. Und wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt hier in Mörs, hier am Niederrhein. Nur zusammen können wir diese Gesellschaft positiv gestalten. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele von euch gibt, die uns dahin unterstützen. Das haben wir bisher erfahren. Und wir hoffen, euch heute Abend etwas zurückgeben zu können. Wer es verpasst hat, überhaupt gar kein Problem. Unter facebooknichtegal.de ist das ganze Konzert da. Ihr könnt es nach wie vor gucken. Ein bisschen Leichtigkeit in die Füße, ein bisschen Leichtigkeit in den Kopf. Und gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir zusammenhalten und dass das Leben auch einmal unbeschwert sein darf. Spaß für Spende heute Abend leider nur online gestreamt. Weil Corona-bedingt dürfen wir euch heute Abend hier im Bollwerk nicht begrüßen. Wir haben uns viele, viele Gedanken gemacht, dass ihr trotzdem dabei sein könnt. Dass wir euch trotzdem ein bisschen nach Hause ins Wohnzimmer bringen können. Wir haben als erstes mal dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wir haben getestet. Jeder, der heute Abend hier ist, hat einen negativen Corona-Test. Vorher ist der in diesen Laden quasi überhaupt gar nicht reingekommen. Das war uns sehr, sehr wichtig. Wir hatten es sogar vorbereitet, euch zu sagen, es muss leider Corona-bedingt ausfallen. Weil auch wir sind dann da nicht vorgefeiert. Hat Gott sei Dank geklappt. Es ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Wir können heute Abend Spaß für Spende für euch machen. Wir machen Musik für euer Herz und für eure Beine. Und wir freuen uns über eine Spende. Wir haben auch schon Unterstützer, Spender in Form von Volksbank Niederrhein. Denen möchte ich ganz, ganz, ganz besonders danken. Das ist unglaublich, diese großartige Spende. Und auch den Vorlauf, dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir unsere Werbung in euren Filialen aufhängen durften. Das war wirklich, wirklich mehr als ein Zeichen von Solidarität. Und gemeinsam in dieser Zeit ein Zeichen für Leichtigkeit zu setzen. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich Omrex danken, die uns auch inhaltlich unterstützend haben. Und natürlich auch Bäcker und Hüser aus Sonsbeck, die auch wiederum eine großartige Spende getätigt haben. Es kommen bestimmt noch viele hinzu. Verzeiht mir, wenn ich jetzt hier nicht alle aufzählen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.